Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu Overwatch mit Kapuz und Shigo. Hallo. Hallo, wir sehen uns. Und der Cryder Org. Der Cryder Org. Ja, läuft gut. Ja, also. Oh, du hast den Valkyrie-Skin. Ja. Ich kann mir den noch kaufen? Ja, der ist ein normaler Skin. Also ein Vanilla-Skin quasi. Weil das Ding ist, es gibt auch diesen neuen... Es gibt auch jetzt einen anderen Skin, den ich super geil finde. Ein Mercy-Skin. Den kannst du jetzt gerade auch kaufen, aber für 3.000. Ja, siehst du. Ich bin ja nicht so reich. Ich wäre auch gerne. Also wenn der reich ist, kann ich gerne bei mir wenden. Oh, wow, wow. Die haben es gerade vergessen. Oh. Oh, nein. Nein, Frau Heilung. Ja, ich auch. Oh. Oh, ja, okay. Mit Mercy reiß ich nix. Hat sich verledigt. McCree... Tracer, was habe ich gesagt? Mercy. Ja, na. Mach ich an. Die hält nix aus. Das Tracer holt mich nicht aus. Wahnsinn. Immer unterbrief dich jemand an sein. Ach du... Fucking Widowmaker da hinten. Oh. Das ist so richtig schwer. Nein. Da kann ich auch nix machen. Jetzt rennen sie alle von mir weg. Ja, gut. Die zerlegen uns gerade ganz schön. Dann muss sie halt einmal rauskommen. Pack Eiern hier, jetzt reicht's aber langsam. Ja, du musst einmal rauskommen, genau. Ich brauche keine Hilfe. Pass auf, die Widowmaker ist da oben. Ja, die muss halt einer... ...nen Sniper von uns holen. Ja, ich bin ein Sniper. Bewegt die Fracht. Okay. Jetzt ist er down. Jetzt haben wir ne Chance. Oh. Geh weg, du. Werder verfehlt. Oh, shit. Oh, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Uh. Ich muss weg. Nimm mich mit. Jetzt kann er den Wagen holen. Best Schlimm? Guten Flug. Ja, aber es ist auch Widowmaker. Kommst du runter, Frutsch? Nee, jetzt. Jetzt. Ah, endlich hier. Mein guter Treffer. Kommt sich heil. Das ist gleich erwähnt. Der Heiler wird geheilt. Oh, wer ist da oben? Vorsicht. Wir sind tot. Wer ist das? Wer ist das? Oh, nee. Ach, das gibt's. Oh, ja. Okay, okay. Hier sind viele tot. Mit Reaper. Eine Konsequenz. Oh nein. Stirm, stimmt, stimmt. Ich jetzt? Ich fange gerade erst an. Ich dachte mit der Heiler raus, vielleicht. Weiter, weiter. Uh. Ich hinter mir ist Deckung. Schon besser. Vorsicht, Schatzensien. Thor, ich leb noch. Bist du da in der Kirche? Kommst du zu Thor? Keine Sekunde zu früh. Scheiße. Lecker, zick. Scheiße. Was sagt der? Ich hab zwei. Wir haben einen Opener jetzt. Ran an den Wagen. Scheiße, das ist ein Wurf. Oh, Reaper war noch dick. Achtung. Den glaube ich auch immer rein. Schön, Jones. Aufgabe ist auch nicht der Weg. Ja, roll. Der Wagen noch. Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, roll, roll. Drubel. Drubel, roll. Drubel. Wer ist der Drubel? Oh, das ist ein Drubelswort. Drubel, roll. Ich brauche keine Hilfe. Oh, der Tone ist tot. Das kann nicht sein. Das muss ein Finger sein. Lass mich weiter spielen. Das ist so ein schönes Spiel. Oh, watch. Oh, das ist so toll. Okay, okay, wir müssen uns den Wagen wieder mitnehmen. Oh. Von hinten? Wer ist die Diva? Die Diva, ja, die Diva. Ich beklechte die Wacht. Halt mir sie in den Händen. Oh, Gott, dann geht es los. Nee, nee, die ging gerade die Tür zu. Ah, besser. Wir haben so einen blöden Best drin. Okay, Diva. Achtung. Da gab es keinen Spot, wo man vor dem Turm sicher war. Ich habe Ulti-Ready. Eh, 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 eh. Was hast du gemacht für uns? Ey, ich bin ein Fuchs. Nein, ich habe nur unter der Ecke gewartet, weil ich 10 auf der Kampf geht und dann habe ich ihn gekillt. Oh, play of the game, come on. Play of the game, guys. Ja, wahrscheinlich. Sehr geil. So ein low play of the lame. Bist du? Reaper, Ulti, lame of the lame. Oh, wow, du gerade sieht ja, ich bin ein Teamkiller. Oh, wow, 6 OP. Sehr englisch. Okay. Da kommt noch ein Wheel. Oh nein. Play of the game. Nein, das wird nicht. Ein schlechter als das andere. Wie so blöd ist. Ich dachte es doch. Ich vergesst es. Komm nur noch 3, 2 Meter ab. Ja, wir werden wieder mehr. Der Wagen rollt rückwärts. Wartet auf mich. Play of the lane. Ein schlechter Bube, du. Jetzt gibt es mal. Nicht. The Mad Reaper. So nennen sie mich am Schulhof. Tag, Reaper. The Mad Reaper. So. Schigo, weg da. Ja. Nö, nö, nö. Oh, helps. Please. Helps. Ich hab Torpion hier unten. Oh Gott, ich sag's. Garne. Jetzt kommt es. Ja, das hier jetzt, Place of the Lame, ne ne ne, nicht gut. Meteor Schlag! Meteor Schlag! Rumeel! 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 Weg, Giftzwergel! Weg, Giftzwergel! Oh, sehr geil. Oh, komm, gib mir das Play of the Game, come on. Ich hab so selten games. Nein, Quatsch, du hast viel gekillt, das wird's sein. Oh, ich hab's gut gekillt, du... Ja, ich hab das... ACH! 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 Nicht traurig sein Kapuze, Junkland hat ein geiles, ey, unglaublich, das war so gut, ich habe doch in einer Sekunde fünf geholt, das ist doch, also war jetzt auch nicht so stark, das war okay, das war das beste, was ich je gemacht habe, das war wirklich besser wie jetzt nicht, weißt du, das war der Happy, okay, okay, two of them haw butuel. Untertitelung. BR 2018